Ich geh mal raus zum Rauchen. Leckt's bei euch auch oder ist es nur bei mir so? Nee, es leckt. So ganz sicher, so ganz rund läuft's nicht. Ja, siehst du, das ist immer mein alt Internet schuld. Ja. Ich schau's. Da rennt auch einer mit dem Prügelstock rum. Das ist mein Penis. Das ist aber ein dünn Penis. Dafür ist es lang, Alter. Dafür ist es so lang, dass er meist beim Mund wieder rauskommt. Ja, du kannst du leicht in den Arsch einfüllen, brauchst nicht diese Spucke. Ja, genau. Man muss schauen, wo man spuren kann. Und dann erstrickst du sie immer. Musst du aufpassen, dass sie in dir nicht anfangen. Alter, das haben sie alle beieinander, die Sau bei Augen. Ich geh mal rein, wo kommen die Banate her? Ah ja, Sau beiel heißt Schweine Penis, geh. Mit der Eich Glück gesagt hab ich so. Hör jetzt auf mit dem Umhupfen und lass ihn nicht fressen haben. Geht ja? Ja. Ja, das ist das Spiel, weißt du? Ja. Aber trotzdem krieg den Homo. So, ich hab die da hinten einfach platt gemacht, zwei Stück. Scheiße, den hab ich echt nicht gesehen. Den hab ich echt nicht gesehen. Ich bin da voll rein gerannt. So'n Scheiß. Alter, irgendwie klar, wir machen mit meiner Waffen. Ich kann riesen. Vorsicht. Ja, Mann. Feuer, Neger. Wo? Ja, ich hab grade oben drinne. Ach, sieh'n, bin im Arsch. Das sind ja die letzten Lutscher, weißt du? Ja. Das wollte ich nicht zu früh. Nein, Mann, die Feuerhauptschüsse sind ja die letzten Lutscher. Oh, ich hab mal einen Schot. Ich hab aber nur einen Mignum, Alter. Das war ein Scheiß-Camper. Ja, ich hab da oben drinne. Ich hab noch einen Mignum. Ich hab mich stark gesehen. Klar. Ich muss da weg. Nein, den dritten hab ich nicht mal geschafft. Ah. Den dritten hab ich nicht mal geschafft. Das wird zu viel. Dafür, dass es so luschen sein sollen, sind wir aber ziemlich gleich da draußen. Pass auf, geht er nicht runter. Da steht ein Sniper. Ja. Wo? Hier wird er euch doch geholt, ey. Oh, die Fotze! Der wusste doch, dass ich da komme. Na, nix, Sniper. Na, aber hinter mir ist einer mitten quer! Jaaaa! Jetzt ist das mal zu pflanzen, da kräft es immer so schön. Börns, er kann zweitig, ich habe auch mit da rein gehauen. Mist, Börns. Börns, ist der tot? Na, er ist hinter mich! Na wo? Du Huren! Meine Reflexe sind ja echt zum Kacken. Die Hund springen um oder rennen auf der... Was war denn das jetzt wieder? Ach! Der Sandler mit seinem Flammenwerfer. Der Flammenwerfer. Na, der Flammenwerfer ist echt scheiße. Na! Jawohl. Ich habe ihn aber. Schön. Dafür hatte er mich. Ja, da oben! Da oben! Was denn da ist da? Da, ich... Das war die das war das war das war auf mein der 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 Nein, ich bin der Stepper zum Schießen, vergiss es, ich brauch eine Keule oder was? Ich glaub da hat's einen Knussball. Da hängt der Deppert mit seinem Schwert um, ah der hat eine Keule, weil ich jetzt Deppert bin zum Schießen, deswegen ist das so. Ah, Fotze. Nein, vergiss dir, ist auf dem Panzer und der Zweiter oder der Dritte ist auch dabei. Bitte, Kanalwerfer, ich kontinue mich. Okay, das ist auch gemein. Männer, hinter uns. Ja, ich habe nicht nach links geguckt, ich weiß. Wo kommt der denn schon wieder her? Na! Wie wenn er es wüsste, der Wichser. Ja, lass mal, oder? Na komm! Scheiße, ganz knapp. Aha. Das ist ja, wie wenn er es gleich war. Ich sehe dich auch. Ja. Ja, der Mama hat du so. Sag tschüss! Seid 13 hat der. Ja,ada! Nee erupt! Ja, aber beiden noch 3. Vielen Dank.